Was? Bist du irgendwas Böses oder? Okay, das war ein sehr heftiges Schloss gerade. Alter! Da kommt eine Falle runter. Und macht mich platt. Ja, jetzt sehe ich es auch. Vor allem, das sind die alten Kanalisationen, die sie zugemauert haben. Mit diesen hochmodernen Türen hier. Hallo. Das fand ich gemein. Auch nö, ne? Spring einfach, dann landest du in der Nähe unseres Ufers. Falls du dich reinsteigen willst, ohne dass der gute alte Gray es, die Gary es merkt. Mitnick? PS, hoffentlich bist du durch die ungeziefer Falle nicht allzu eingeschlagen, den ich ausgelegt habe. Wer ist das? Ich will nicht springen. Ich muss aber wohl, wa? Tatsache. Tatsache. also die musik ist ein bisschen entspannter gerade ich hoffe das bleibt ich weiß zwar nicht wie hier das licht flackern ok hier scheint eine behausung zu sein rechte tut es doch gut glaube ich was ist das und viel wichtiger warum ich glaube das wasser unten ist nicht so gut oder ja Hü! Hü! ich glaube hier muss ich runterfallen na toll schönen schranke auch sag ich das tut weh lass mich raten ohne das gezuppelt wäre ich hier ja na toll naja wir regenerieren ja ein bisschen und speichern bunt ist es ja ne links oder rechts da sind überall türen hier ich glaube hier unten wohnen welche das ist das ist eine stadt die nosses war zu hallo oh hi das sind hacker hallo ich glaube das ist ein super hacker hallo hallo hier drüben ja das ist die it kein licht das ist gift vielleicht sollte ich später besser wieder kommen ach das ist mit nick ach so ist alles frei wie alt ich bin nicht wegen small talk hier ich suche nach gary das wundert dich was beizut ihr damit ein bisschen lustiger ich muss wissen wo gary ist du hast das gesehen ich hätte auch um hilfe brauchen können ach so ja dann ist es entschuldigt ach so vor allem das hier er hat sich im surfer raum erkältet richtig ich hatte ein paar fragen was ist das für ein ort sieht ziemlich leer aus ja der wirkt nicht nur nett der ist nett ich hab noch Fragen an dich erzähl mir von dem was du so tust was upgraden was wolltest du gerade sagen was hast du so zu tun okay vielleicht kann ich dir helfen was muss ich denn tun meine e-mail-adresse hat da schon ähm gehackt ne wie bist du hier eigentlich gelandet me before all this i was a hacker good one too there wasn't a system i couldn't crack telcos dod you name it one time i e-mailed the president all the nuclear missile activation codes and the fbi was shitting their bands but one day i ran across this system totally dark unbelievable security i fried three laptops trying to bust it i worked on it for months didn't sleep much at all i'd almost given up but i caught a lucky break one night and finally broke in und was war's das ist alles nur passiert weil ich lese viel mhm das ist ja echt übel du hast dich schnappen lassen ähm kann ich bedenken hab noch ein paar fragen go ahead apropos gary ähm na ich bin nur zum reden hier okay ich geh da mal ähm ich glaub der hat nichts kann ich bei ihm was klauen wahrscheinlich nicht dann hackt er mich bloß noch hat er sowieso schon meister hexau ich denk mal gary ist da an der anderen Ecke ja ja stell einfach eine datenbank hin ne die geknackt werden kann wenn du genötigen skills hast hallo oh kunstbegabte bitch fat was tawny ach das ist tawny oh jetzt siehst du ganz anders aus oh doch äh ist ne andere äh wer hat die coverseite von was bekommen äh ganz ruhig kauger über wen genau reden wir denn hier eigentlich ich steh hier hier wer zum teufel ist denn tawny sessions tawny sessions is a wannabe face girl with no talent whatsoever and scabby little knee achso na okay sie ist jetzt auch ein bisschen speziell ne war gut äh wo bist du eigentlich ach die tawny sessions sie ist im moment echt heiß ich hab mir spaß gemacht warum sagst du mir nicht wer du bist ach emalia okay äh wie kommt es dass du tawny sessions so hast before this neat little makeover i used to be a model i was all over the place tv magazines billboards i mean i was hot super hot and i knew it which is why gary decided to invite me into his freaky little family und warum tötest du tawny nicht einfach dann wirst du dich wahrscheinlich besser fühlen also hast du tawny weil sie zum nächsten großen Model geworden ist während du ähm ja vielleicht solltest du einfach lassen wie es ist dann wärst du wahrscheinlich glücklicher was meinst du damit gary hätte dich aufgenommen nosferatu have a sick sense of humor sometimes they feel that their victims namely moi in this particular case have an overabundance of vanity and need to be taught an important life lesson hm verstehe ähm warum übertriffst du sie denn nicht eigentlich einfach ich kann das machen klingt cool äh was hätte ich also davon ah darf ich ähm ne klingt cool mhm okay vielleicht könnte ich dir weiterhelfen okay und sonst sowas okay was ist für mich da drin was glaubst du denn zu sehen was ist für mich drin understand äh na klar mach ich okay cool äh andere Fragen warum bist du hier nosferatu have a sick sense hatten wir ähm wie auch immer kann ich dir weitere Fragen stellen ich suche nach gary his room is just down the hall you might be able to find him in there okay dankeschön super hot lass mich dich jetzt mal angucken ist doch hat so ein bisschen was von dem trill ne star trek was ist das hier eine maus auch schön entspannter sanfte melodei hallo wer ist hier durchgegangen gar keiner oh ey ich hab's nicht mit sammelt das alleine auf ach hier wird er sein bei der klack smack Cracking of my thumbs, something wicked this way comes. I don't remember seeing you on the guest list for the dinner party. We're having a wrap party for the Misfits, about 40 years late. Cast and crew only, boss. Um... Wo sitzt sie? Maybe I'm in your head. Uh-oh, you might have picked up one of those psychoses. So common to new kindred. Ich muss bloß mit ihnen reden. We are talking, but you aren't listening, boss. Doch, doch. Wer sind sie? You're used to getting what you want, aren't you handsome? People just love your charisma, your face. They eat your words up like the rats eat the cheese in the track. Für Elise im Hintergrund? Oh, boss, where do you think you are? Äh, wer sind sie? Maybe I'm a ghost. Oh, come on. Don't tell me you just stumbled down here. What I need to know is why you're here. Äh, lassen Sie uns doch von einem Gesicht zu einem Gesicht reden. I'm over here, boss. Wait, maybe I'm over here. Or maybe I'm behind you with a hatchet in my hand. Or did you ever stop to think that your fear, if given a voice, would sound like this? Was it then? I want to stick your lovely face in a piranha tank. I want to apply an acid glaze to your sculptured body. I want to throw your pocket mirror under a thresher and watch you fetch it. But I'm no butcher, boss. Are you? Ich bin wegen des Sarkophags hier. Mmh, erzähl mal einfach so, damit ich hier raus kann. Und wer hat sie gewonnen? I like to discuss business face to face. Äh, das will ich doch die ganze Zeit. Zeigen Sie sich doch endlich mal. Are you sure, boss? You don't want my image in your subconscious. It's the stuff, nightmares are made of. Jetzt macht er mir aber Angst gerade. Kommen Sie doch schon raus. Careful what you wish for. You just might get it. Behind you, boss. Boo. Oh, sie sind das wiederwerkstum und abschönste Ding, das ich je gesehen habe. Und Butler ist auch noch. Oh Gott, Toreador. You vainglorious narcissistic poser. How I loathe that determination of your kind to belai your true nature with Paris Fashions and Pomp. You are a dead thing. A creature of the shadows. Start acting like one. Äh. Ist es hier etwa neidisch? Vermissen Sie die Oberfläche? Wo ist der, äh, wer sind Sie? You don't recognize me from the pictures? Gorgeous Gary Golden? Don't tell me you missed Pirate Town or Tap Hotel. Little before your time, eh, boss? Well, those days are long past. Just, nowadays it's just Gary. Gary. Mal. Wo ist der Sarkophag? Where, where, where did it go? That thing seems to get around more than Mae West. Why might I ask, should I give you that information? Äh, weil ich ihn diese vom Hals geschafft habe, genau. Oh, my hero. Had it not been for that damn Shamisi, you'd still be searching under rocks for us. It was hardly a favor, but... I know where your prince's prize is. There's very little that doesn't leak down into this place. Tell me, boss, you ever gone up against a Quaijin? Was das? Was ist das? The Quaijin are vampires, but not like Kindred. Sometimes known as the vampires of the East. But they ain't kin, boss. They're just someone else that, if you ain't being careful, might give you the final death. Uh, that seems to me, eh? Even for old Gary, there ain't much more to tell. You see, I sent an agent, Barabbas, to snoop around Chinatown, do a little hacking, make a few contacts. But he hasn't been calling lately, and it's breaking my heart. Ich verstehe nur weiter. You up for a little trip to Chinatown? You're in no danger there. Me. Best you don't mention my name there, boss. That's the going rate for my info right now. You get our chum back from Chinatown. I'll give you what you need. Mhm. Ähm. Abgemacht. Sagen Sie mir, was ich tun soll. The golden temple in Chinatown. It's a piss-poor copy of a real place. Looks like it'd be more at home in a theme park. That I saw is where you'll find the leader of the L.A. Quaijin. They call her Ming Zhao. Sounds dangerous? No. This ain't a suicide mission, boss. You'll be more of a curiosity than a threat. Talk to Zhao. Ask her where my boy is and get him back. Once he's safe, I'll tell you everything you need to know about the sarcophagus. Der weiß nix. Äh, mit dem Beißen, ähm, die müssen ja erstmal so dicht rankommen, um zu beißen, ne? Also, werden sie mit der Königin nicht im Krieg? Not that I know of. It's like the eye of the hurricane right now. Don't make those winds blow, boss. Haben sie irgendwas, das mich schützen könnte? Let's see what I got. For one of your kind, it ain't gonna be cheap. That thing behind that pretty face of yours is called a brain. If you want to survive in Chinatown, I suggest you use it. Or if all else fails, you could just use your pocket mirror to blind them. Na schön. Sie hat ein bisschen ihren Teil der Abmachung an. Of course. What kind of a monster do you take me for? There is a method to my madness, boss. There's a payphone in Chinatown. I'll call you with the info once Barabbas is safe. Until then, you'll never know where I am. Okay. Bis dann. Darf ich mich jetzt hier... Und der ist wieder weg. Der mit dem Reagieren Unterschiede ist ja auch gut so. Und hier geht's nach draußen. Natürlich haben wir vorher den Weg nicht gefunden. War klar. Es ist Nacht, Senorita. Oh, der Friedhof. Oh. Hätte ich das vorher finden können? Ja, ne? Ja. 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 Oh, ich glaub, die Zombies kommen. Ich schau mal, ob die Mikado spielen noch. Ne, Mikado ist vorbei. Was ist das hier? Hast du was hin? So. Was krieg ich jetzt? Ich hab dir... Achso, ich hab ja schon was gekriegt. Vielleicht so auf dem Friedhof. Ah, okay. Okay, schön zu her, bis dann. Wenn was anspillt... Da will ich nicht in der Nähe sein. Okay. Munizung können wir aber gebrauchen. Sauber. Jo. Lala. Uh. Hier ist ja alles vertreten. Und das in der Stadt. Ist ja Wahnsinn. Gut. Gut. Gut.